Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu World of Warcraft. Jawoll, da sind wir wieder vor Lavinios Gewölbe, da wo wir aufgehört haben. Und jetzt machen wir eine Indie, ne? Genau. Hoffentlich. Hoffentlich. Außer es wird wieder hier dieses Tiefengedöns. Wenn das nochmal kommt, dann machen wir sie nicht. Ja. Schauen wir mal. Ich hätte gerne den Vortex-Gipfel. Der Vortex-Gipfel oder Steiner ne Kern. Der würde gerade thematisch sehr gut passen. Ja, das stimmt. Vielleicht denkt WoW ja mit. Ich denke nicht. Warum denn immer die? Ja, gehen wir raus. Dann legen wir den ersten Boss, damit wir keinen Debuff kriegen. Das ist eine sehr gute Idee. Der ist ja gleich hier vorne. Das wurde gerade irgendwo angeschrieben. Ich glaube bei Steam. Okay. Also keine Sorgen, wir gehen hier gleich wieder raus. Ja, ja. Ihr braucht jetzt nicht abschalten und sagen, genau. Oder vielleicht lasse ich das im Schnellvorlauf durchlaufen. Das wäre auch ne Idee. Hallo. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber es wäre sehr lustig. Es wäre auch sehr lustig, wenn wir das gar nicht verschneller. Ich bin gespannt. Ich habe keinen Debuff. Ich auch nicht. Nice. Direkt wieder anmelden. Doch. Ich kann erst wieder in 13 Minuten. Ach so. Ja, es gibt natürlich auch so eine Anmeldesperre. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Komm, dann machen wir einen spezifischen. Geht das? Ja, klar. Sicher? Stein in der Kern? Ja. Gut. Nur der Zufällige geht gerade nicht. Weil wir ja keinen Debuff haben. Mit Debuff ging auch das nicht. Gut. Machen wir den noch hier in der Inni. Äh, in der Folge. In der Inni machen wir noch die Folge fertig. Ha, ha, hohi. Ich rauche gerade, deshalb konnte ich nicht laut lachen. So, Quest abgeben irgendwo? Ja. Ja, ja. Ja. Wie ein Bum, 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 bummerang. Komm ich immer wieder bei dir an. Dö, 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 dö. Dö, dö. Dö, dö. Dö, dö. Hallo? Ach, da ist er weg. Da ist der Janik weg. Ich dachte schon, warum spricht der nicht? Aber er ist gar nicht mehr da. Da geht schon einer wieder. Ja, jetzt müssen wir mal hoffen, dass, äh, der Pantipotal denn auch wiederkommt. Das wäre echt schon schön. Aber wir wollten ja doch, ich möchte nicht schon wieder ein Let's Talk machen. Ich möchte nicht schon wieder hier 15 Minuten mit mir selber reden. Das wäre echt scheiße. Ich sag mal eben Tank Disco. Tank Disco. Ja, das war die Tank Disco. Aber er scheint, äh, nicht wiederzukommen. Zumindest kann Skype den Anruf nicht wiederherstellen. Ah, ja. Was habt ihr so Schönes getan? Da ist er ganz weg. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, sobald, äh, Pantipotal wieder da ist. Bis gleich. Hallöchen, da bin ich auch wieder zurück. Da ist der Pantipotal wieder da und wir können weitermachen. Yes, das ging jetzt mal flott. Ach, das sind ja nette Gruppenmitglieder. Ja. Einer ist gelieft, aber wir haben direkt einen neuen gekriegt. Okay, das ist ja, annehmbar, würde ich mal sagen. Ja, kann man, kann man machen. Ach, hier ist eine Quest drin. Oh. Äh. Die möchte ich ja auch haben. Kannst du mir die teilen gleich? Äh, warte. Warum sterbt ihr denn da? Ja, weil es hier hart zur Sache geht. Darum. Nee, kannst du mir natürlich nicht teilen, ich muss sie abgeben. Warte. Du musst eine abgeben, ja. So. Zack, zack. Level up. Yeah. Sauber. So. Dann geht's jetzt richtig los, aber richtig. Aber richtig fett, krass, Bombe. Ja. War fast richtig, ne? Ja, fast. Warum guckt, w-w-wat? Ihr guckt einmal schief und dann habt ihr Argo, das ist ja auch schön. Wer sagt das? Ja, hab ich grad gemerkt. Die haben sich direkt umgedreht, die Viecher. Achso. Ja, Tank, was ist los? So, ich glaube, die Inni ist hier ein bisschen härter, als die bisher. Aber die ist auch ab Level 81, oder? Ja, aber ich, ich hab irgendwie im Kopf, dass hier mehr Stellen waren, wo man auf die Fresse kriegen könnte. Ja. Ja, ja, das kann schon sein. Das, äh, ne? Ja. Ja, ja. Wah, Hilfe! Ja gut, aus denen müsst ihr rausgehen. Kann ich nix tun. Ich bin betäubt. Sehr gut. Alter. Es geht, ey. Wenn man sich hier falsch positioniert, ist man ganz schnell Geschichte. Ja. Sieht so aus. Aus den Wirbeln raus und so. Ist Pflicht hier. Ist Pflicht. Ja, sag das mal in der Gruppe, ey. Aus den Wirbeln raus ist Pflicht, ey. Da, was für dich. Oder? Ne. Stärke. Ja, ich nehm's trotzdem wegen der vielen Ausdauer, die drauf ist. Ja. Hilft nix. Bavon ist auf dem Klo. Wer ist denn Bavon? Ein Schurke. Na gut. Hier die Gruppe können wir noch machen. Der ist auch der schlechteste DD. So. Ne Ini mit Kommunikation hatte ich, glaube ich, zwei Jahre nicht mehr. Du meinst, dass man miteinander redet, ja? Ja, ja, richtig. Bin betäubt. Glaub ich dir nicht. Ich glaube, du willst nur ganz in Ruhe an deiner Zigarette mal ziehen. Au, 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 au. Ich sehe gerade nichts. Bin betäubt und zieh an meiner Zigarette. Ich habe mir einen neuen Kaffee eingeschenkt, als du nicht da warst. Ach, Mensch. Ja. Ich habe SMS gelesen und geschrieben. So lange war ich doch gar nicht weg. Doch. Es hat schon sehr lange sich angefühlt. So, jetzt warten. Warten auf Bavon. Vatein. Das ist russisch. Ach ja, der Wurm. Was macht der noch? Ah, hier ist übrigens das Dokument. Das brauchen wir. Ah ja. Was macht der Wurm noch gerade gleich? Dinge. Dinge. Es gibt keine Beute. Es gibt keine Beute. Es gibt keine Beute. Ah, jetzt gibt es Beute. Huch. Ich wollte die Quest abgeben, nicht mich schilden hier. Oder sollen wir einfach. Da kommen die auch mal auf dich gewartet. Ja, stimmt. Wollen wir mal nicht so sein. Ich habe drei Gesundheitssteine. Ich habe auch drei Gesundheitssteine. Ja, drei Bonbons. Lecker. Isst man die eigentlich die Gesundheitssteine? Lutscht man dran? Man fühlt sich anal ein. Das stelle ich mir sehr cool im Raid vor. Da 25 Leute stehen. Schieben sich gegenseitig. Hilf mir mal. Ja, bück dich. Warte. Ach ja. Die Folge wird, glaube ich, massiv überlänger haben. Ja, ich fürchte auch. Aber so ist es. Ja, so ist es im Leben. Die blaue ist nicht für uns. Was? Quest? Nee, nee, nee. Das ist Archäologie. Ach so. Warum kann ich die annehmen? Ich habe gar keine Archäologie. Kannst du nicht. Du kannst es nur so versuchen. Und dann ist ausgegraut. Ach so. Macht der? Ist der Kacken oder was? Der ist wieder da. Ich habe ihn laufen sehen. Mit ein bisschen Kacke noch. An der rechten Hand. Aber er bedankt sich sogar. Voll die netten Leute hier. Ja, ist ja voll krass. Ja. Kenne ich gar nicht. Wo kommen die her? Frostwolf. Frostwolf? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich, dass der nett ist. Dann ist es gespielt. Dämpfende Welle. Absorbiert bis zu 4000 Heilungen. Ach so. Das ist natürlich mies. Wo ist er? Der Wurm ist weg. Der Wurm ist weg. Oh nein. Aber die sind voll süß. Die machen... Mie, mie, mie. Das sind eklige Käfer. Aber das sind Steinkäfer. Die essen Steine. Nein, die sind sogar Steine. Ach so. Dann essen die also ihre Kumpanen. Ja. So welche sind das? Kannibalen. Ah. Die ist tot. Brauchen wir nicht. Sieht aber cool aus. Ja. Ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Ja, 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 ja. Als Melee-Schamane würde ich mich freuen. Melee. Klingt wie irgendwie so was zu essen. Nee, Mehl meinst du? Nee, ich meinte ein lecker Schokomelee. Oh, lecker. Die esse ich gerne. Ja. Ah, hier muss man springen, ne? Wenn die... Genau. Wenn die Riesen hier beben oder so, dann muss man springen in dem Moment, wo das Beben durch ist. Okay. Aua. Au ja. Siehste, ich bin der Einzige, der keinen Damage bekommen hat. Ist der Einzige, der es geschafft hat. Ja. Ich war schon früher der beste Seilchenspringer der Welt. Wow. Jetzt haben wir mit den Nachbarsmädels gespielt. Mhm. Die durften auch mal meinen Springseil benutzen. Oh. You know what I'm eating. Yes. Ja, da war ich noch sieben. Ach so. Voriges Jahr. Seitdem wird er geschrumpft zu einer krummen Banane. Du hast falsch in der Sonne gelegen. Man weiß ja, die biegen sich zur Sonne hin. Ja, ich lag auf dem Bauch. Beben. Ja. Zu spät. Ihr Cuttenhubs alle. Aber die ist ja bald schon durch Ah ne Ne Kollege Ich dachte hier kennen gleich schon den Endboss Aber da kommt ja noch so ein Typ dazwischen Noch zwei Zwei? Na sicher Ein Drach Ja Ein Otzruck Ach ja genau Otzruck ey Du Otzruck Da geht ein Otzruck durch die Bevölkerung So sagt man das Der Drache hier ne Der kann droppen Der kann droppen Ja Deswegen heißt der Plattenhaut Der hat so Schallplatten Schallplatten als Haut Geil Er fliegt Das ist ein reiner Fliecher Oh mein Gott Ach ja hier war die Kacke mit dem Sichtfeld immer Wenn er diese Steine droppen lässt Ja aber ich Ich muss dich ja heilen Oh Sag ich ja Ich muss dich ja heilen Ich hab gestern den Errer gefragt Ob er Ditsche kennt Er kennt Ditsche nicht Oh Was Dann war ich so intelligent Und habe gesagt In Berlin kennt man das vielleicht nicht Weil es ist ja WDR Aber WDR gibt es ja auch in Berlin Ja ja Das war mein Fehler In Westberlin zumindest Hinter der Mauer Ja genau Boah der haut aber manchmal Schaden raus Das ist ja nicht mehr Nicht mehr schön Ich muss mal Hab ich noch einen Schokoriegel 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 Ne hab ich natürlich nicht Ich hab auch keinen Ne Ich hab ein Rinderbraten Oder ich hab was zu trinken Warte auf mich Nein Ich trinke noch etwas Ja okay Trink du nur Ja Bist fertig Jetzt Aber ich bin noch nicht da Tare tara Wir müssen 101 ergebende Anhänger töten 101 Dalmatiner Ja Töten Scheiß Hunde ey Ich mag ja keine Die sind voll leb Die haben bei dir fast den Herd auseinander genommen Als ich da war Und fast die Herdklappe abgerissen Von innen Weil wir sie in den Herd gesteckt haben Drecksviecher Und wehren die sich auch Ja was soll denn das So jetzt muss man hier mittig laufen Weil Wir sonst den Rand pullen Achso Das will ja keiner Ne der Rand ist eklig Schnell den Speer kaputt machen Aber nicht wenn er in der Gruppe steht Wenn man die Gruppe eh gepult hat Dann kann man Nice Nice Scheiße Oh fuck Ja allerdings Ah du bist außer Reichweite Renn doch nicht weg Tötet den Speer Ich hab ihn Ich hab ihn Sehr gut Ich als Tanker Alter Alter Falter Falter Überlebensinstinkt angemacht Bitte danke Massenumschlingung angemacht Und Ruheschein Ich glaube ich muss gleich wieder etwas trinken So ich hab mal Regeneration auch angeschmissen Ich hätte dich auch heilen können Hab ich ja auch getan Ist ja lediglich Achtung da kommt Hau drauf Hau drauf Auf den Hau drauf Alter hier ist jetzt aber Highlife Aber echt Aua Findest du lustig Wenn ich auf die Fresse kriege Voll auf die Fresse gesprungen Mit dem Arsch vorwärts ins Gesicht Du wirst gar nicht schnetzeln Ja Achtung Speer Kann man jemand die Kackwichtel hier ab Der dreht wieder um Mein Gott Äh hau mal den Speer wenn es Ne jetzt lass es Ne Wir müssen eh alle töten Warum So scheiße wie die stehen Ne die rechte kann man eigentlich Dose Speer ist tot Das ist gut Die rechte Gruppe kann man eigentlich Rechts ist noch ein Speer Hinten Kannst du den mal eben Ja Bin dabei Der rennt zur Gruppe Tot Hat geklappt Hat geklappt Ja Einen hat nicht geklappt Jetzt hat aber der Mönch den gepullt Ah Die Gruppe Freunde Freunde Du hast keine Agro mehr Aber ich krieg Schaden Was Ich hab noch ein paar Schattenblitze abbekommen Sohn von Ursock Die Ursocke Haha Wobei so Massenkeilerei Hat ja was Ne Finde ich ja schon wieder fast cool Ja Auch dass es klappt Vor allem Aber ich muss gleich wieder was trinken Ja Ach ich bin gar nicht Man kann ja jetzt schon was trinken Äh wo war das Getränk da Sprudelndes Oasenwasser Wir haben übrigens einen Mage dabei Im Grunde könnte der auch Wasser machen Achso Ach egal Ach ne ist ein Mönch Ja Ja Vertausche ich immer Fängt beides mit M an Ja Können wir Ja Fragte er und war schon Wollte grad sagen So der Hau drauf kommt Soll ich dir mal was sagen Wenn du eine Fünfergruppe geheilt kriegst Ne Ja Dann ist ein Raid wesentlich unstressiger Warum Weil du es da nie alleine schuld bist Achso Und eigentlich Ist das auch generell einfacher Als die Fünferinstanzen Was Ja Ja Wenn alle Doch Wenn du ein bisschen Movement drauf hast Dann geht das sehr gut Muss halt nur teilweise bei den Bossen wissen Was du machen musst Ja Aber im schlimmsten Fall verkackst du Und meistens stirbst du nicht mal dran Also Okay Äh was war jetzt nochmal Ah ja Oh Äh Ich bin voll konzentriert gerade Ich merke das Ich hüpfe einfach Ich glaube es ist nicht richtig Aber egal Oh 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 Wow Bin wieder da Ich wurde weggeschleudert Ja hab ich gesehen Hab ich gesehen Alter War krass ne War krass Doch das Hüpfen bringt was Ah ne War grad nur absorbiert So komm scheiß drauf Sehr schön Ja guck mal Oh sehr schön Guck mal Aber dann könnt ihr Schoko mitwürfeln Guck mal einer Nixauchen aus den La Tja Alter Siehste da kommt das Frostwolfgen durch Ja Ja soll der doch vorrennen Heil mal grad nicht Sei mal kurz AFK Na ich bin ja nicht so Wie ich Geht ja auf meine Kappe Dann irgendwie Irgendwie schon Eigentlich nur Aber Ja Wobei wenn er vorrennt Naja Naja klar Trotzdem kann man das halt Locker gegenheilen Also Gerade ebenso Ja Ja Aber jetzt sind wir gleich durch Ja Jetzt kommt nur noch Endboss Und dann Genau Haben wir ne 30 Minuten Folge hingeblättert Ja Schön Zum Ende der Aufnahme Session Aber die kommt ja auch erst am Den wievielten haben wir denn heute Lass mal überlegen Am 3. 5. 7. 9. 11. Kommt das hin Kurz vor der Gamescom 11. Oder 13. Oder Under Gamescom Nee Auf jeden Fall davor Ja Mir fehlt noch einer Mir auch Aber in Fight kommen auch noch welche Der macht ein Herzchen Der Duriel Und der Pantierbutter macht viel mehr Herzchen Ja Ich bin nämlich viel herzlicher Bei dem war auch irgendwas zu beachten Oder Dass ich jetzt nicht schreibe während ich hier drin stehe Vielleicht Hab Agro What the fuck Ich werde hier gerade von einem Jedi Machtgriff Was war das denn ey Ah ja nicht erlebt meine Meiner ganzen Tage ey Deiner ganzen Karriere Ach jetzt können wir die hier durch die Glubsche Ach ja Wow Was ist da los alter Das frage ich mich auch Ah Machst du wieder Werbung Natürlich Natürlich Das meinst du wie ich an 1200 Abos gekommen bin Durch Werbung in WoW Den ganzen Tag Ist ja so toll wenn irgendeiner mal sagen würde Ja Ich kenne euch Das wird Glaube ich erstmal nicht passieren Ich glaube auch Au Warum fliegst du Weil mich der Jedi hier festhält Na hallo sagt er Na hallo Bavon Oh yeah Das ist ja Das ist eine so schöne Reaktion Ja Oh neat alter Was denn Für den Helm Ja sowas Ne Nicht nochmal Nicht nochmal Ne Wir beenden das jetzt Okay Okay Ich porte mich aus der Instanz Und wieder rein Für die Quest Sage nicht Dass das falsch ist Nein Das ist richtig Gut Ich wollte nur den Leuten in der Gruppe gerade antworten Ja Hallo Halt sie da Aber schaut mal auf Rain mit LP und so vorbei Nix Der Der Mönch hat mir hier mein Mein Kopfteil Mein Derbes weggewürfelt Gar nichts Sag ich mir Okay Tschüssi 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 Alter Tschüssi Ich will wissen ob die noch was schreiben dazu Okay Dann bleib du mal in der Gruppe Ich bin der Spion Yeah Der Türspion Haha So Ich gebe mal Die bewegen sich nicht Ich gebe mal nichts mehr ab Ich fliege zurück wegen erholt Ja 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 Das draus und so Ja 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 Nö Verlässt nur die Gruppe Drecksack Na toll Toll Wenn du dich jetzt hier siehst Ja super Aber es war trotzdem eine sehr nette Gruppe Die sehr kommunikativ und freundlich war Das ist sehr selten dieser Tage Ja Wenn wir jetzt nicht Äh Schon am Limit unserer Aufnahmekräfte wären Hätten wir mit euch auch noch eine Folge gemacht Noch eine Inni Ja Das stimmt Aber wahrscheinlich wären wir wieder in Tiefenheim gelandet In Tiefenheim? Äh In Doch Heißt das nicht so Da sind wir gerade Nee Ja ich meinte mit Schwarzfelshöhlen Ach Das meinte ich doch Tiefenheim Ja mein Gott Beides Steine Beides Lava Eben Motencore Pff So Gut Dann äh Vielen Dank für diese Überlänge Folge Lieber Pantipota Ich hoffe ihr hattet viel Freude dabei Gerne Rainbird Yes Und wir sehen uns Ich bin sehr froh dabei gewesen zu sein Ja gut jetzt Und wir sehen uns Ich finde es schön Dass wir diese Folgen machen Und wir sehen uns übermorgen wieder Vielen Dank fürs Zusehen Und bis dahin Macht's gut Tschüsschen Tschö!